Aus Köln, 24 Jahre, hat schon mal ein Foodman-Francy-Match im Battlenet gewonnen. Das war es dann aber auch an Erfolgen. Vielleicht kommt ja heute das ein oder andere da noch dazu. Und last but not least, den EPS-Profi in Warcraft 3, der natürlich Foodman-Francy auswendig kennt. Das ist Daniel Mew, heute ist, und der kommt aus Köln, Student, 23 Jahre alt, 6-facher EPS-Champion. Wie gesagt, in Warcraft 3 ist natürlich eine Szene im Gesicht. Kennt man eine Gesicht in der Szene, wollte ich sagen. Eine Szene im Gesicht, ist natürlich auch nicht immer schlecht. Daniel, sorry an dieser Stelle.